Beide zwei Victory Points verlieren, weil sie beide gleich viele Victory Points hatten. Bekommen zu verletzen. Ich bekomme eine Wurde. Ich bekomme eine Victory Point, wenn er gewinnt. Beides geschafft. Er kriegt also einen Victory Point direkt zurück. Und er verliert auch zwei. Nice. Okay, der ist relativ nah an seiner nächsten Hauptkost dran. Er kann halt zwei Rote relativ schnell kriegen. So, play into action. Choose one monster in your region to fight. Oh, das ist scheiße, weil bei uns ist nur noch ein Gold. Vier und drei. Gucken wir mal, was wir rollen. Gar nicht so schlecht. Können auf jeden Fall gewinnen. Das gibt uns zwei Victory Points. Aber dann kriegen wir auch zwei Heavy Wounds. Was können wir jetzt machen? Wir können... Wir machen auf jeden Fall den hier. So, dann packen wir mal alles rein, was wir haben. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir lieber zwei Victory Points haben wollen oder zwei Heavy Wounds. Hiermit können wir eine... Eine Heavy Wound von unserem... Sheet wegballern. Ich denke, wir nehmen die Victory Points. Wir müssen momentan alle Victory Points, die wir kriegen, zusammenkratzen. So, und dann packen wir die Heavy Wounds auf Develop und Investigate. Und von Investigate nehmen wir sie gleich runter. Genau. Confirm. Wir removen die Investigate, Wound und den Travel Foul Token. So. Was haben wir hier? Ach, wir können auch hier alle Foul Token von unserem Hero Sheet wegtun. Wie sieht das mit Teleportation? Haben wir noch. Und die anderen haben auch alle noch mindestens einen Token drauf. Okay. Gut, dann... Was fehlt uns jetzt noch? Rot fehlt uns auf jeden Fall. Wir traveln also hier hoch. Um Rot zu kriegen. Wir können hier einen flippen, weil wir in eine Heilstadt reingekommen sind. Dann teleportieren wir uns, um uns noch weiter zu bewegen. Und zwar... Kommen wir leider nirgendwo hin, wo noch ein Rotes ist. Also marschieren wir nach Vissima und nehmen uns noch ein Blaues. Ne, noch ein Rotes können wir nicht noch nehmen. Also nehmen wir mal Purple, weil Blaue kriegen wir eigentlich genug. So, dann könnten wir hier die Sidequest machen. Dann brauchen wir aber nochmal neue Rote. Dann investigaten wir erstmal noch. Investigaten Rot. Task, go to Cameron, receive one red and draw one development card. Okay. Task to Cameron müssen wir sowieso. Hier können wir nochmal neues Gold versuchen zu kriegen. Success, kriegen wir zwei neue Gold. Ist schon mal gut. Weil wir gerade ein paar ausgegeben haben. Jetzt die Frage, wollen wir echt Rot ausgeben für wie viele Victory Points? Drei. Ne, wir müssen schneller sein. Können wir zur Not später immer noch machen. Erstmal resolven wir. Kämpfen gegen ein Monster. Da gegen das Bronzene hier. Before running, spend one gold. Scheiße. Wir haben kein einziges Schwert gewürfelt. Wir könnten eins, zwei Schwerte dazukriegen. Aber bringt uns nichts. Dann kriegen wir einen Faultoken. Faultoken packen wir auf Development. Und dann beenden wir unseren Zug. Also wirklich voran kann man auch nicht. Okay, der hat auf jeden Fall hier ganz viele Faultokens. Das heißt, er zieht jetzt auch Faultkarten. Vielleicht irgendwelche, die ihm Victory Points wegnehmen. Boah, der kriegt noch mehr. Der hat jetzt fast alle. Und nochmal gefällt. Ah, der könnte jetzt seine Hauptquist fertig machen, wenn er nach Revier geht. Wir müssen... Ähm... Für den roten Task... Wohin? Kehr mal hin, ne? Ja. Kehr mal hin müsste hier oben irgendwo sein. Da. Haben wir noch... Token of the Teleportation? Nein. Das heißt, wir können hier einen runternehmen. Um auf Teleportation einen draufzutun. Dann kommen wir relativ zügig voran. Caremore hin schaffen wir vielleicht sogar... Ja, diese Runde. Machen wir fast travel oben nach Tretogor. Kriegen dann sogar einen roten Clou noch. Eine Fault card. Nothing happens. Perfekt. Dann machen wir Teleportation. Move. Nach Caremore. Ja. Wo, das war aber schnell teleportiert. Und jetzt unendlich langsam. Nyaaah. Dann rot. Sie haben einen roten Clou. Und zwei, eine Development Card. So, kriegen wir einen neuen Spell. Das ist geil. Once per battle you may spend from... To produce one. Ja, super. Das haben wir schon mal. Jetzt haben wir sogar noch eine Aktion. Gut, das war jetzt eine Aktion hier über die halbe Map. Das ist der Teleportation Spell. Ist schon geil. Jetzt wollen wir weiter investigaten. Und zwar... Rot. Receive one red. Then you may become delayed. To fight a battle. Drei Schwerter und drei Schilde. Receive two victory points. Oder eine Wunde für each. Ne, wir lassen was, oder? Also zwei victory points sind schon echt verlockend. Aber der hat drei... Wir brauchen drei Schwerter und drei Schilde. Und ich denke, das machen wir nicht. Da sind wir zu schwach für. Wir können nicht so gut kämpfen. Gut. Dann machen wir Obstacles. Hier gab es dieses Bronze Monster. Genau, wir kriegen einen Foul Token. Den packen wir auf... Development können wir nicht packen. Da ist schon einer drauf, oder was? Ah, da ist schon einer drauf. Packen wir den mal auf Rest. Können gleich nämlich eh mal alle Foul Tokens nochmal runternehmen. Jetzt gucken wir mal. Haben gewonnen. Kriegen also einen Victory Point. Nice. Nehmen alles, was wir kriegen können. Bei 28 Victory Points mittlerweile. Und wir haben auch bald unsere Hauptquest fertig. Uns fehlt noch ein... Ein roter, äh, Clou. Und wir müssen noch nach Dol Blatana, was hier unten ist. Da kommen wir auch relativ zügig hin. Haben wir noch Tasks über? Ähm, ne. Okay. 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 Der braucht relativ lange noch, bis er seinen 16er-Quest fertig hat. Und... Der... Äh, wie sieht's aus mit dem Geralt? Heiß ich jetzt selber. Wie sieht's mit Geralt aus? Geralt braucht... Zwei rote. Ach, die hat er jetzt relativ zügig. Das heißt, er schafft seine zweite Quest. Seine zweite Quest hat er auch bald fertig. Muss aber dann noch nach Riva gehen. Er will aber vorher noch nach Sintra, um da noch mehr Victory Points abzuholen. Und er ist mit 37 Victory Points. Das ist echt gut dabei. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich durch... Genau, durch die Player Interaction auch unseren Hero Die würfeln. Haben aber einen Success, also passiert uns nichts. So, jetzt müssen wir planen. Wir könnten diese Runde... Ne, wir könnten nicht unsere Hauptquests. Wir müssen noch... Ähm... Uns fehlt noch ein roter Clou. Dann haben wir den... Den... Proof. Und die Frage ist, ob wir noch zwei rote Clous sammeln wollen. Für die Sidequests, weil das sind nur zwei Clous und das geht relativ zügig. Hier können wir hin und uns einen direkt abholen. Und dann können wir mit Investigate versuchen, noch zwei rote Clous zu kriegen. Achieve one red and fight a battle. Okay, jetzt fehlt uns einer leider. Den können wir aber auch noch beim Travelen kriegen. Ja. Hier haben wir ein Schwert, ein Schild und dann können wir hiermit noch ein Schwert und ein Schild machen. Und dann haben wir es geschafft. Und kriegen eine Good Fortune Card. Wenn ihr performt mit Travel Action, play this card to move to any location instead of moving as normal. You still receive leads at your destination. Das heißt, unsere nächste Travel Action portet uns irgendwo hin, was nicht so geil ist, weil wir sowieso in der Nähe sind von da, wo wir hinwollten. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen können, ist hier eine Marke runternehmen, um wieder auf unseren Kampfspell eine draufzulegen. Und dann ist unser Zug zu Ende. End the turn. Steht nicht You May bei uns drauf. Leider, deswegen ist unsere nächste Travel Action wirklich ein glatter Port. Fight a battle. Direkt noch ein Battle. Dem geht es auch gar nicht mehr so gut. Der hat hier eine Heavy Wound. Fail. Noch eine Wound. Sehr schön. Aber er könnte so eine Wound schaffen. Nee. Hat gefehlt. Geralt ist dran. Kriegt jetzt auch eine Wunde. Muss deswegen wahrscheinlich resten. Nö, das interessiert ihn nicht. Er macht seine Sidequest fertig. Oh. Gegen das kann er sogar wahrscheinlich gut kämpfen. Weil der sehr stark ist. Boah, wir sind mit 28 so weit hinterher. Der hat einfach die zwei Victory Points auch noch abgestaubt von dem Monster. Okay. Play Interaction. Suffer one wound. Ja. Auf Travel. Wir müssen jetzt eh resten. Was wir auf jeden Fall mal machen können, ist hier die Foul Tokens alle wegnehmen. So, dann können wir resten. Um den... Um den zu removen. Dann investigaten wir ihn mal nochmal. Dann können wir nämlich die Sidequest noch machen. Schieff one red and fight a battle. Okay. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Wie scheiße haben wir den gewürfelt? Also wenn wir es schaffen, kriegen wir eine Development Card. Und wenn wir... Das schafft, kriegen wir einen Red Token. Bringt das aber nicht so viel. Wir können aber weder... Doch, wir können... Haben wir... Haben wir ein Auge? Ne, wir haben kein Auge. Boah, das ist echt bitter. Na doch, wir können uns hier mit einem Auge machen. Und dann können wir es... Ja, wir können eins von beiden schaffen. Ich würde aber, glaube ich, am ehesten... Das Schwert schaffen. Oder? Warte, jetzt mal kurz überlegen. Schaffen wir das hier? Wir können... Damit ein Auge machen. Mit dem Auge ein Schwert. Ja. Jetzt können wir mit dem Auge... Also hier kriegen wir auf jeden Fall ein Schild und ein Schwert dazu. Jetzt können wir mit dem Auge noch ein Schwert machen. Dann haben wir das geschafft. Und uns passiert nichts Schlimmes. Und wir kriegen eine Development Card. During the battle you may play... You may spend one Eye and one Token from this card to produce... Oh, die ist richtig geil. Die ist richtig geil, die Öffel. Oder der Zauber. Suffer one wound. Fuck you. Ähm, auf develop. Receive one victory point. Wenn wir... Zwei... Schwerter werfen. Wir haben eins geworfen. Und ein Auge können wir zu einem Schwert machen. Und dann schaffen wir das. Und kriegen sogar noch ein victory point. So, mit 29... Sind wir immer noch hinterher. Aber wir kommen langsam ran. Jaapen ist zum Glück relativ weit entfernt... Oha, dickes Monster. Jaapen ist zum Glück relativ weit entfernt davon, seine zweite Quest fertig zu kriegen. Bei Gerard muss ich mir mehr sorgen. Der ist schon bei 42. Und ist relativ nah dran. Der muss jetzt eigentlich nur noch nach Riva gehen. Und kann die schon abgeben. Okay. Success. Wir sind dran. So. Ich würd gern nach... Ich würd gern fast travel... Ist das... From a travel action, play this card to move to any location instead of moving. Ist normal. Ich würd gern wissen... Erstmal machen wir hier die Sidequests. Da kriegen wir nämlich drei victory points. So. Und dann machen wir fast travel nach Dol Blatana. Ich hoffe, dass der jetzt nicht automatisch die Good Fortune Card einsetzt. Sehr gut macht er nicht automatisch. Ähm. Geben blau aus. Weil blau brauchen wir gleich auf jeden Fall. Ziehen eine Foul Card. Und up to three from any one of your development cards. Without resolving its effect. For each you do not spend, suffer one Foul. Okay. Dann... Ähm. Nehmen wir... Am besten auf jeden Fall eine mit eins. Ähm. Die hier mit eins. Weil da haben wir auch noch genau das gleiche nochmal. Mit drei. Und dann kriegen wir zwei Foul Tokens. Die können wir aber auch einfach wieder wegpacken. Obwohl wir packen die momentan erstmal auf die drauf. Die können wir später alle gleichzeitig wieder weg tun. So. Jetzt haben wir die Hauptquest fertig. Kann also eine Good Fortune Card ziehen. When you perform investigate action, you play this card to draw two additional Investigation Cards. Choose one card to resolve and discard the others. If you also spend two, resolve all Investigation Cards instead. Oh, das ist geil. Hilft sehr gut beim Investigation. Hier nehmen wir mal Rot. Falls wir Rot brauchen für die nächste Quest. War Trek wird... Jetzt sind wir mit 48 ganz vorne. Wir haben hier die nächste 16er Quest. Die würde sich glaube ich nochmal lohnen. Das ist auch unsere letzte Quest. Dafür fehlt... Und brauchen wir einen Roten, einen Blauen. Müssen nach Sintra gehen. Ist relativ weit unten. Nur Willgard und Tourette brauchen wir dafür. Die ist schnell erledigt. Dafür braucht es 12. Da wir in Führung sind, sollten wir eigentlich glaube ich... Ne, wir brauchen die. Wir brauchen die. Das Problem ist, wenn wir jetzt in Führung sind und das Spiel beenden... Haben die anderen nochmal eine Runde Zeit. Und da Geralt bald seine Quest fertig hat... Und wenn er dann die nächste zieht und die auch noch fertig kriegt... Obwohl ich glaube ich würde trotzdem lieber das Spiel schneller beenden. Deswegen machen wir die, wo wir schneller fertig sind. Müssen wir nach Novigrad, Maribor. Ja, die nehmen wir. So. Novigrad... Maribor ist da. Wo ist Novigrad? Novigrad ist da oben. Also wir könnten jetzt quasi mit der Drüade direkt nach Novigrad reisen. Und dann auf dem Weg runter nach Maribor könnten wir investigaten. Okay, das heißt... Also Travel können wir diese Runde nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt investigaten. Und zwar... Investigaten wir Rot. Weil... Rot... Ah ne, wir brauchen Rot gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur... Purple und Blue. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Gold, receive one additional Clue. Perfekt. Receive one purple... Ähm, okay. Every other player places one foul on the travel action if able. You spend two or suffer one foul. Das ist egal. Wir nehmen den Foul-Token, weil wir die eh gleich alle wieder entfernen können. Den legen wir jetzt einfach mal auf Rest. Dann, receive one purple clue, go to Sintra, receive one purple and draw one development card. Okay. Ähm. Das machen wir später. Machen wir alles später. Dann resolven wir jetzt erstmal die Obstacles und kämpfen gegen... Ein Silber... Ein Silber... Ja, ging mit Silber, ne? Receive one gold, fail, place one silver in this region. Okay. Nichts Schlimmes. Wir haben auf jeden Fall vernünftig gewürfelt. Da können wir noch... Ähm. Wir können... Verhindern, dass wir eine Wunde kriegen. Indem wir hier ein... Genau. Und ein Ding ins machen. Oh, ne, weint. Wir können das hier machen. Kriegen wir zwei... Aber das brauchen wir nicht. Aber wir können eh verhindern, dass wir alles... Also was Negatives kriegen. So. Dann passiert nämlich nichts Negatives. Und dafür müssen wir nämlich nicht unseren guten... Unseren guten Spell raushauen. Place one foul token in der Travel Action. Sehr gut. Und der travelt direkt und zieht jetzt die Foulkarte wegen uns. Mal sehen, was... Was es da zieht. Spend two clues. Boah, geil. Zack. Nice, nice. Fight the battle. Fail. Perfekt, kriegt noch eine Wunde. Sehr gut. Jetzt ist Geralt dran. Geralt ist uns echt auf den Fersen mit seinen 42 Token. Äh, 42 Victory Points. Und cutt jetzt seine Main Crest auch noch fertig. Geht damit also in Führung. So, geht jetzt in 50. Nein, Führung mit 50 Victory Points. Und hat den nächsten auch schon wieder fast fertig. Oh, das meine ich mit, wenn er schnell ist. Das wird doch noch eng. Aber er muss sich jetzt erstmal erholen. So, wir traveln. Ähm. Nach Novi gerade wollten wir travelen, ne? Ob, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind in Dolblatana. Ich glaube, wir... ...wollen die Sidecast gar nicht. So schnell wie... Ja, wir gucken uns mal Geralt an. Der muss sich, glaube ich, jetzt erstmal ein, zwei Runden erholen. Der muss nach... ...Maribor für die Sidequest. Und Tretogor für die Hauptquest. Das ist da ganz oben. Ja, so schnell kommt er da nicht hin. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall die Sidequest noch mitnehmen. Wir traveln auf jeden Fall nach Sherwett. Kriegen da sogar die Clou, glaube ich. Die Clou. So, und jetzt... Hä? Instead of... Das hat nicht funktioniert. Das müssen wir da selber eingeben, oder was? Boah, ist ein Scheiß. Ja, dann machen wir jetzt auf jeden Fall... ...investigaten wir weiter. Investigaten Blue. Scheiße, wir müssen jetzt echt kämpfen. Und wir wirfen echt wie so eine Grütze. Da wir aber eh gleich... ...das Spiel beenden... ...machen wir mal... ...setzen wir mal hier unseren Hailstorm ein... ...und kriegen... ...kriegen ganz viele... ...Würfel. Kriegen jetzt also einen Red... ...en Red Clou. Hier kommen Obstacles... ...alles nur Silber. Scheiße. Hätten wir besser vielleicht doch nicht gemacht. Become delayed. Fuck you. Okay, das haben wir geschafft. Shield haben wir nicht geschafft. Schaffen wir auch nicht mehr. Kriegen einen Foul Token. Die können wir gleich alle wieder... ...alle wieder entfernen. So, remove a Foul Token. Okay. Dann end the turn. Boah, mit... ...aber der ist... ...der ist nur zwei vor uns, Geralt. Und der braucht jetzt länger als wir... ...um unsere Quests... ...um seine Quests zu beenden. Weil wir können uns theoretisch jetzt teleportieren... ...also wirklich teleportieren... ...über die ganze Map. Und dann können wir mit dem Teleportation Spell... ...noch relativ schnell... ...zum Ende unserer Hauptquest kommen. Also machen wir das einfach mal schnell. Und hoffen, dass wir dann... ...wollen wir das Spiel jetzt relativ zügig beenden. Genau, der muss sich jetzt nämlich erstmal holen, immer. Und hat sogar ein Setpack bei Investigation bekommen. Sehr gut. Und muss gegen den... ...gegen das goldene... ...Monster kämpfen... ...und kriegt mit einem Roll weniger. Das ist natürlich jetzt echt edel. Vielleicht, wenn er beides... ...er kriegt eine neue Wunde, okay. Wenn er beides failt, wäre natürlich gut. Naja, aber der schafft wahrscheinlich beides... ...so wie ich ihn kenne. Auch mit der... ...Good Fortune Card. Ja, hat beides geschafft. Hat er für zwei Victory Points bekommen. Das ist so traurig. So, Travel. Und genau, jetzt benutzen wir die Doriade. Und da gehen nach... ...Novigrad. Huch. Was war's denn? In Novigrad... ...fehlt uns eigentlich nur noch... ...hier ist nur noch... ...blau. SideQuest completed. Wir können jetzt auch auf jeden Fall hier... ...die mal ein... ...wir können Geld ausgeben... ...für noch was Blaues. Können dann hier die SideQuest... ...au noch machen. So. Jetzt sind wir mit 54 vorne weg. Und... ...müssen eigentlich... ...haben wir eigentlich auf Teleportation noch? Können alle Fault-Token gleich... ...ne... ...Teleportation, Teleportation, Teleportation, Teleportation... ...ne, haben wir keine mehr drauf. Äh... Oh, fuck, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Was sollst du denn kämpfen? So, so, so. Ähm. Gut, damit können wir auf jeden... ...nein, das wollte ich nicht. Dammit. Das haben wir hier. Wir können jetzt... ...ich denke, wir verhindern das Negative. Das Positive bringt uns nur Gold. Und Gold haben wir eigentlich eh noch genug. Obwohl, wir haben nur noch zwei, aber... ...wir wollen jetzt nicht noch mehr Wunden kriegen. Wir wollen versuchen... ...innerhalb der nächsten... ...zwei Runden das Spiel zu beenden. ...wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, diese Runde das Spiel zu beenden. Weil dann hätten wir die Quest absolviert... ...und die anderen hätten alle noch eine Runde Zeit. Und wir hätten dann... ...mehr Victory Points als die. Ja, das wäre wahrscheinlich klüger gewesen. Da muss man mal resten. Der kommt da halt zum Glück... ...zum Glück kommt der jetzt gerade echt nicht... ...gut voran. ...der Geralt. Und der nimmt die ganze Zeit wieder sich selber Wunden... ...damit er die Kämpfe gewinnt. Und muss sich dann wieder heilen. Geht aber dafür Victory Points. Oh, viele Victory Points sogar. So. Wir wollen jetzt... ...innerhalb von zwei Runden... ...das heißt... ...erst einmal nach Ochsenfurt... ...und dann... ...ja. Das erste... ...also wir können auf jeden Fall hier... ...alle Foul Tokens... ...removen. Das ist schon mal gut. Jetzt könnten wir... ...einmal travelen... ...und dann zweimal travelen. Hier sind zwei... ...dreimal Silver. Ach, das ist die gleiche... ...ne, wenn wir fast travelen... ...ist das die gleiche Region, ne? Das hier gehört zu der Region, ja. Dann fast travelen wir nicht... ...sondern wir travelen... ...danns normal... ...hier hin... ...und nächste Runde können wir mit... ...1... ...zwei fast travelen... ...und dann das Spiel beenden. Gut. Dann... ...müssen wir jetzt eigentlich nur noch... ...den Kampf gegen das Monster überleben. Wir können sogar echt noch... ...investigaten... ...oder resten. Wir resten mal, dann können wir theoretisch noch... ...die Repair-Aktion freikriegen... ...falls wir in der nächsten Runde noch irgendwie... ...ens Repairen wollen. Ähm... Ich denke, wir probieren das nochmal, weil... ...ein Gold auszugeben ist nicht so schlimm. Brauchen wir das Gold jetzt für nichts mehr? Wir können jetzt wieder sagen, entweder wir kriegen... ...zwei Gold... ...ja, aber eigentlich... ...wollen wir diese Runde lieber... ...zwei Gold haben, weil die Wunde... ...interessiert uns eh nicht mehr. Weil wir können die Wunde, die wir jetzt kriegen... ...können wir einfach... ...keine Ahnung, auf... ...ähm... ...investigate packen, weil wir wollen eh nicht mehr... ...investigaten. Okay, nächste Runde beenden wir das Spiel. Und ziehen damit auch... ...hart an Geralt vorbei, weil wir kriegen... ...glaub ich, das war eine 16-Victory-Point-Quest... ...und dann eine 12. Gut. Gut. Und er... ...genau, sein Zug war jetzt sehr... ...ereignislos. Wir machen das mal folgendermaßen. Wir preparen... ...und zwar preparen wir auf... ...Teleportation... ...und dann müssen wir nämlich... ...keine Foul-Karte mehr ziehen, weil wir gehen nach... ...weir fast-traveled sind... ...huch... ...das ist ein bisschen buggy... ...aber egal, solange wir da ankommen, wo wir... ...wo wir hinwollen, ist uns das egal... ...jetzt kriegen wir halt genau 12-Victory-Points... ...kriegen eine Good-Fortune-Card... ...neu-Template-This-Card-To-Move-1-Heavy-Or-Up-2... ...das ist wie ein... ...das ist wie eine Rest-Action, die wir da kriegen. Wir kriegen eine Investigation-Card sogar noch... ...keine Ahnung, nehmen wir mal blau. Go to... ...Kerk und Karamohen... ...machen wir jetzt eh nicht mehr. Wir kriegen zwei Foul-Tokens, auch egal... ...Rest... ...und Develop. Und da sind wir bei 66... ...Game-Goal ist completed... ...das heißt... ...wir sind jetzt... ...ne... ...Geralt hat, glaube ich, sogar angefangen... ...das heißt, Geralt kann gar nicht mehr drankommen. Ja, es ist sehr unwahrscheinlich... ...dass er uns noch überholt. Ja. Nice. Dann haben wir gewonnen damit. Mit... ...ähm... ...neun Punkten Vorsprung. Okay, cool. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich dachte zuerst, die Fähigkeit von Triss wäre stärker. Dieses Prepare. Weil ich dachte, das... ...gibt allen... ...allen Spells einen Token. Aber... ...ähm... ...ist nicht so. Trotzdem hat die Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm... ...wo ich schon sagen muss... ...Rittersporn hat mir noch ein bisschen besser gefallen... ...und wenn wir demnächst mal so einen Kämpfer spielen... ...dann gucken wir mal, wie uns der gefällt. Gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Und ihr schaltet beim nächsten Mal mit ein... ...wenn es wieder heißt... ...The Witcher Adventure Game. Let's play. Gut. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.